200m links abbiegen, in die Badstraße Schülp In 300m links abbiegen Lass uns mal rechts Ist das gekehrt, aber... Auf die Bad zieht 200m links abbiegen, in die Badstraße Einfach mal hier ran Jetzt rechts abbiegen Ich will links Einmal bitte jetzt wenden Mach ich auch Mach ich wieder zurück Rechts wollte ich nicht Einmal rechts In 50m links abbiegen Aber rechts Jetzt links abbiegen Jetzt links abbiegen Jetzt links abbiegen Jetzt links abbiegen Jetzt rechts abbiegen Jetzt rechts abbiegen Jetzt links abbiegen Jetzt rechts abbiegen. Ja, da beschülpt ja schon ganz schön. 3,8 Kilometer der Strasse folgen. Super. Hier ist noch ein Gottseizgeher. Scheiße.